Es ist Medi Manavikia, halbherziger Pass auf Herz, Stepphardt erkämpft sich den Ball. Das ist Guignard, hinter den Spitzen heute zusammen mit Held. Guignard auf Yang, der über rechts. Chen Yang und 1 zu 0 Frankfurt, Rolf Christel Guignard, was für ein Auftakt, sechste Spielminute. Guignard, von 50.000 im Frankfurter Waldstabium gefeiert und von Babac und Gielmanns nicht gestört. Yang im Rücken, der Abwehr entwischt und Kovac geht der Ball durch die Beine. Sein fünfter Saisontreffer auf Vorbereitung von ihm, Chen Yang. Wer sieht den Guignard in der Mitte? Und das fünfte Saisontor ist gleichzeitig der erste Treffer seit 14 Spielen. Ein Sorgenkind im Frankfurter Angriff. Freigespielt nach sechs Spielminuten, dazu noch der eingesprungene Rückwärtssalto, gestreckt. Leider mit leicht offener Beinhaltung hinten, deshalb kommen wir über 7,6 nicht hinaus. Egal, ist eh nur eine Nebenwertung. Egal. gu Untertitelung des ZDF für heute. Vielen Dank.